Hallo ihr Süßen, ich bin heute mega aufgeregt. Nein, es gibt kein wie glätte ich mir die Haare richtig Tutorial. Wir haben heute den 6. August, das ist Donnerstag 2015. Ich bin mega aufgeregt. Wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon Oktober oder Ende des Jahres, weil früher darf ich das leider nicht zeigen. Ich habe es geschafft. Ich drehe heute für eine US-Serie. Hier, genau, als seriöse Schauspielerin, zwar nur eine ganz kleine Rolle, aber hey, wer kann von sich behaupten, von irgendeiner Pornotante aus Deutschland, dass sie in einer US-Serie mitspielen darf. Das ist so mega geil. Ich bin mega aufgeregt. So, jetzt erzähle ich euch, welche Serie. Die 6. Staffel wird gerade in Berlin gedreht und ich habe eine Anfrage von der Produktionsfirma bekommen, ob ich nicht eine kleine Nebenrolle übernehmen möchte. Natürlich habe ich gleich Ja gesagt, als ich erfahren habe, um welche Serie es geht. Und es geht um... Es geht um Homeland! Oh mein Gott, ich darf bei Homeland mitspielen. Ich habe jede Staffel geguckt. Momentan gucke ich gerade die 5. Staffel und jetzt darf ich in der 6. mitspielen. Also ich meine, hallo, wie geil ist das denn bitte? Ja, in meiner E-Mail stand drin, ich soll mich schminken, allerdings sehr dezent, weil die Visagistin rüber möchte. Deshalb glätte ich mir jetzt fix die Haare. Um 15 Uhr muss ich am Set sein. Das heißt, ich habe noch 2,5 Stunden. Ich darf euch leider nichts über den Inhalt verraten. Vielleicht erzähle ich euch später so ein bisschen, was passiert ist. Wahrscheinlich werde ich am Set auch nicht filmen dürfen. Die werden mir die Kamera wegnehmen. Ich versuche ein bisschen, was mit dem Handy heimlich für euch aufzunehmen. Wenn es nicht klappt, dürft ihr mir nicht böse sein. Wenn es klappt, dann klappt es halt. Ihr merkt schon, ich bin tierisch aufgeregt und freue mich wahnsinnig. Und ich darf nur so viel verraten. Ich habe nicht sehr viel an. Ich habe eine leicht bekleidete Rolle. Und ich hoffe, dass ich die ganzen Schauspieler sehe und Selfies machen kann. Wenn das mit dem Fotografieren und Filmen nicht geht, führe ich ordentlich Tagebuch und schreibe alles auf, damit ich euch das nachher berichten kann. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Ich glätte mir dann mal die Haare weiter und vielleicht bis gleich am Set. Ciao! Oh, hier stehen schon die ganzen Filmautos. Alter Schwede, ist hier was los. Man könnte meinen, es ist eine US-Produktion. Geil. So, und ich muss jetzt hier rechts rein. Kannst du irgendwo anhalten und mich rauslassen? Wäre super. Ich bin da! So, wie man unschnell an den gestressten Menschen erkennen kann, bin ich jetzt am Set. Manu lässt mich gleich raus und dann geht es los. Ich bin schon ganz doll aufgeregt. Hier ist die Hölle schon los. Homeland, ich komme! Ja, ich ziehe mich jetzt gerade um, Schatz. Ich bin jetzt gerade in der Umkleidekabine und ziehe mein Outfit an, was ich heute bei dem Dreh für Homeland anhaben soll. Oh, ihr seid also? Was ist denn? Als Alice? Ja, hier geht es um. Sie sind schon mal in der Umkleidung in die Umkleidung. Sie sind wohl auch in der Umkleidung. Und dann ist es auch noch ein Teil des Drehers und Ämpfes auftrib 1974. So, jetzt laufe ich gerade einen gleich Schritt zum Drehmotiv und habe einen wunderschönen Ball heute an mit Rocky drauf. Ich hoffe, dass ich nicht erwischt werde. Eck darf nämlich nicht wirklich filmen, aber was tut man sich alles für die YouTube-Community. So, ich muss ausmachen, die Leute gucken schon drauf. So, ich muss ausmachen, die Leute gucken schon drauf. So, ich habe mich gerade auf Toilette rausgeschlichen. Ich muss leider leise mit euch sprechen. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Stunden am Set von Homehand. Als erstes war ich in der Maske und wurde geschminkt. Davon sieht man jetzt nicht mehr so viel. Weil es mega heiß ist. Es sind 1040 Grad, die Tränen im Puff. Die Klimaanlage ist aus. Also hier ist echt saunab wie link. Ja, Hauptdarsteller habe ich noch nicht gesehen. Aber die Nebendarsteller. Und es ist auf jeden Fall mega professionell und macht mega viel Spaß. Sorry fürs Aufstoßen. Ich habe gerade einen halben Liter Wasser geäxt. Und deshalb beruf dich auch auf Toilette. Ihr wisst Bescheid. Also, bis nachher. So, ihr Süßen. Ich bin jetzt abgedreht. Es ist kurz vor Mitternacht. Ich bin todmüde. Ich habe mir schon die Wimpern abgerissen. Ich bin total fertig. Ich habe euch vor lauter Aufregung erzählt, dass Homeland die sechste Staffel heute Morgen ich trottel, weil ich so aufgeregt war. Natürlich die fünfte Staffel. War mega. Hat super viel Spaß gemacht. Die Leute waren professionell. Haben alle Englisch geredet. Zum Glück kann ich Englisch. Aber jetzt warte ich nur noch, weil ich todmüde bin. Und einfach nur noch nach Hause möchte. Ja, das waren meine Erlebnisse. Die ich heimlich für euch festgehalten habe. Und jetzt ist reich los. Ciao. Die ich heimlich für euch festgehalten habe.